Philosophie, Philosophie, Meganomanie, Hypochotrie, Philosophie, Meganomanie. Fauststudierzimmer ist jetzt auch das Keller, obwohl es noch eindeutig aus Fauststudierzimmer erkennbar ist. Was zum Teufel hat sie so totalitär als Gegenstand herangeschleppt an mich? Im hiesigen Anfahrfalle bin ich halt des Faustens. Flammendes Lichtbild, von dem sie vorhin andauernd zu faseln mussten, während sie sich wirkungsvoll betranken. Magderschwein! Todesschwein! Vor dir, da wird mir nichts verzagen. Du wirst mit meinem Grundehrtum begraben! Doch eines jeden Dreckmenschs Nachteile beködert einen Vorteil. Jetzt hat er mich erschreckt und aus der Trauer auferweckt.